Haben Sie Interesse, bei Coop zu arbeiten und in unsere Welt voller Möglichkeiten einzutauchen? Dann freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung über unser Rekrutierungssystem. Verschaffen Sie sich ganz einfach einen Überblick über unsere offenen Stellen auf unserer Webseite coopjobs.ch. Haben Sie eine passende Stelle gefunden? Dann klicken Sie auf jetzt bewerben. Haben Sie sich schon mal bei Coop beworben? Dann können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort wieder einloggen. Falls nicht, dann richten Sie sich ein Benutzerkonto ein. Für Ihr Kandidatenprofil müssen Sie nur Ihren Namen, einen Wohnort und Ihre E-Mail-Adresse eintragen. Sämtliche Felder mit einem Sternen müssen ausgefüllt werden. Möchten Sie regelmässig über unsere offenen Stellen informiert werden, erstellen Sie Ihr persönlichen Job-Abo. Sobald Sie die Datenschutzerklärung akzeptiert haben, können Sie Ihr Konto anlegen. Für ein vollständiges Bewerbungsdossier reichen Sie bitte Ihren Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und all Ihre Arbeitszeugnisse und Diplome ein. Die maximal Grösse pro Datei beträgt 10 MB. Nach Eingang Ihrer Bewerbung erhalten Sie umgehend eine Bestätigungs-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Falls Sie dennoch Probleme haben, wenden Sie sich bitte an support.recruiting.coop.ch Wünschen Sie noch weitere Informationen zu uns? Dann finden Sie uns auch auf... Möchten Sie noch weitere Informationen zu in der nächsten Woche. Ich bin gloryst du und glücklich.